Sie stehen am südwestlichen Seiteneingang der ehemaligen Stifts- und Hofkirche St. Gumbertus. Die evangelische Pfarrkirche ist tagsüber geöffnet und lädt zum Betrachten und zum stillen Gebet ein. Sie betreten das dem Ansbarer Stadtpatron geweihte Gotteshaus und gelangen in den barocken Predigtsaal, der in den Jahren 1736 bis 1738 vom Hofbaumeister Leopoldo Retti errichtet wurde. Der schmucklose und schlichte Raum wird von der Kanzel als zentralem Blickfang dominiert und gilt als ein Musterbeispiel einer Kirche im Markgrafenstil. An der Westseite beeindruckt das Orgelprospekt von Retti, in dem seit 2007 wieder eine Rekonstruktion der Orgel ist, die der Orgelbauer Christoph Wieglep zur Einweihung 1738 gebaut hatte. Durch die Tür links hinter dem Altar können Sie einen Blick in die Schwanenritterkapelle werfen. Dieser spätgotische Kirchenraum wurde in den Jahren 1501 bis 1523 erbaut und beherbergt heute die Relikte des Schwanenritterordens, darunter zahlreiche Sandsteinepitaphien und hölzerne Totenschilde. Wertvollstes Kunstwerk ist das sogenannte Kälterbild aus der Dürer Schule, das an der südlichen Seitwand hängt. Unter der Kapelle ist die romanische Krypta, die in den Jahren 1039 bis 1042 von Mitgliedern der Speyerer Dombauhütte errichtet wurde und die Markgrafengruft mit 27 prunkvollen Sarkophagen für Mitglieder der markgräflichen Familie. Auf der Nordseite ist noch die sogenannte Georgskapelle zu besichtigen, ein romanisches Seitenschiff eines Vorgängerbaus und drei gotische Grabkapellen für die Familien Medlinger, Dornberger und Oettinger aus den Jahren 1450 bis 1470. Die westliche Kapelle der Oettinger oder auch Katharinenkapelle genannt, lädt als ein Ort des Gebets zur Zwiesprache mit Gott und zum stillen Verweilen ein.